blut gibt sie was jetzt hier geht es weiter zu ich hoffe ob es auch was gibt ich könnte ja schon mal da bleiben was ist das hier ach nee das ist nur zu der lust gehören und scheiß doch man wieso wo weiter wir kommen ja genau ich stirb obwohl da gerade nichts darin war ok so geht es auch ich bin zurück es gibt es doch nicht ich habe keinen bock wieder scheiß durch die scheiß ventilatoren zu gehen was ist dahinten da ist da kommen wir nicht weiter ja das finde ich so interessant Das war's für heute. es gibt nicht mehr viele möglichkeiten ach jetzt weiß ich wo das ist ich habe selber geguckt durch die ventilator an was anderes bleibt nicht übrig da bin ich gerade durchgegangen habe ich vorhin gesagt man ja super wo während nie wieder gespawnt ich glaube ich bin es richtig jetzt bin ich bei abfluss ich glaube da muss man weiter zu wo müssen wir hin abfluss oder verwässerung geht es hier bald weiter zu der frechheit kommt ihr alle da ist ja der post dran ne ja warum bin ich jetzt bei den königigen Bäder wo man nicht mal rein darf hier geht es doch nicht lang denn ich bin schon jeden weg zum und ich weiß mittler immer diese zwischenfaser ab zu kürzen leitung leitung ist genau bei leitung ist die tür zum anderen so da vorne ist auch schon die kiste gleich du musst einfach wenn du die ventilatoren hoch gehst rechts wo dieses rot dieser rote raum ist dann wieder nach rechts wo der boss raum ist in der richtung kommst du hier hinten an wo wir jetzt sind ich bin gleich da dauert nur ein paar minute müssen wir die dorin enttöten oder was zack da sind wir wartet auf mich wartet mal kurz ich guck mal wo der lang geht ok wartet mal ich weiß jetzt nicht wo der abgebogen ist ich guck mal nochmal ich sprüge mal zurück hier der drunter vor dem linken aber nicht so gut nö ja ja es ist abel zu viel auf zu quatschen naja genau den hier und dann So, jetzt ist er hier. Moment. Wie das im Bost so ausschaut. Schick. Süß. War das, ne? Ist ja genauso. Ich habe hier bald nur keine Cluster. Alleine Cluster-Pumpen, ich sehe nur böse Wartige. Ah, jo, hier genau. Moment, Moment, Moment. Wir müssen da hinten hin, da. Da hinten hin. Zu welchem Symbol seid ihr gegangen? Ja, hier, Bewässerung. Da sind wir. Hier stehe. Was, die kommen jetzt einfach. Warten bis alle da sind. Nö. Exotisch, 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 exotisch. So wurde alles hin, ne? Exo. Exo, legendär. Scheiße. Na, Alter, die bekommen zwei und ich bekomme gar nichts. 44 Token, so wie er noch. Ja, es gibt, ey. Ich habe jetzt... Ich habe 126 Token. Was hast du dazu? 63. Ja, ich kriege nur Token, Alter. Ja, schön. Alter, das gibt viel zum Aufmachen. Scheiße. Alter, aber es geht hier falsch. Jetzt darf ich wieder alles noch vollenlaufen, da keiner sich in die Mühe macht. Oh, komm, ey. Was machst du denn da? Und tschüss. Machst du dich jetzt runter, das ist dir klar, ne? Wenn du herkommst. Ich muss vielleicht nur zur Kiste. Machst du trotzdem runter. Ich bin bei den Leitungen. Das Schwert sieht einmal eigenartig aus. So aus wie eine Laterne. Alter, das gibt jetzt Exos online. Zwei Exos. Klein 10 Gramm. Ich glaube, 10 Legendäre. Da kommt voll drauf. Einen Gramm hätte man wie noch Platz. Zum Voll. So, zum Turm. 61 Turm. Ab zum Turm. Ich verlasse mal sonst. Du Scheiße. Ach, du Scheiße. Auf, auf und davon. Zum Turm. Ich bin fit zusch. Ich bin fit詆. Ich bin fit zusch. Ich bin fit zusch. Ich bin fit zusch. ich hoffe dass man von dem benedikt auch diese sniper oder die und feuer verkriegen kann das richtig klar mit sicherheit ob der droppt alles alles was es gibt ich liebe wochen feuer offen also doof dass die keine explosions geschossen hat oder sowas über pistole oder dreifach oder ich meine das mit dem schaden ist schon geil knallt sein ab hast machst mehr schaden das ist bestimmt pvp geil musste testen lustig ist dass man die kissen suchen immer fast genauso lang dauert wie ein halber ich habe fast eine stunde gebraucht dafür gegen ein extra schiff ich habe ein extra schiff ich habe drei jetzt eine poststelle brauchen wieder ein legendäres schiff wieder so ein hässliches wie leid das was von mir wollen legendäres schiff er war ich großes geschenk mit langstaubt leist im schlubb in hohen in der die hohe er denn in der poststelle hobin auf vier legendäre und nexo ich hatte da noch ein der kinder von ein exo ich bin aber so auch noch voll als ich habe ich jetzt neun legendäre und zwei exos friedenswächter was sind das für schuhe so jetzt kann ich mir das für maschinenpistolen also das interessiert mich schon wieder die da sie schon wieder willi egal jetzt habe ich beinschutz auf 305 einmal klatschen jo auf 303 lunafactor stiefel und infotil alter meine brust fackelt ja krone der stürme einshaft zweimal helm oben einer anderen bild uncool mal schauen was ich vom clowningraum noch kriegen da freue ich mich schon drauf ja da war ja auch was ja die da sie auf 292 schon wieder und snipe mit 286 291 wenn ich den mod rein tue mit explosions geschossen das ist etwas von mir Das war's für heute.